Es ist soweit. Es ist vollbracht. Wie schön. See. Nun hoffen wir, dass euer Plan aufgeht. Denn wir haben fast keine Zeit mehr. Hör gut zu, Etsy. Du wirst von Feuer zu Feuer fliegen müssen. Die Hitze der überflogenen Feuer wird dich wieder aufsteigen lassen. Verstanden. Aber Vorsicht! Heute Nacht sind Schützen auf den Dächern. Weiche den Pfeilen aus. Oder es wird ein kurzer Flug. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich dieses Ding fliege. Nun, du hast die Beine frei. Wenn du nah genug herankämpfst oder ein Pfeil im Schädel, könntest du sie vielleicht von den Dächern treten. Nett. Jetzt oder nie, Amico mio. Makusi! Sie ist! Sie ist auf den Dämon! Geht ab. Geht ab. Geht ab. Geht ab. Geht ab. Oh, Mann! Untertitelung. BR 2018 Was war das? Keine Sorge. Bestimmt nur Kinder. Mit Knallfröschen. Kommt. Ihr seid am Zug. Untertitelung. BR 2018